Hallo! In der Chemie gibt es hier einen riesen Haufen an Modellen und Regeln, die wir benutzen, um die Reaktivität bestimmter Moleküle zu beschreiben. In dieser Videoserie möchte ich mir mit Ihnen einige der wichtigsten Vertreter dieser Klassen anschauen. Aber bevor wir damit loslegen, haben Sie sich eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was der Unterschied zwischen einem Modell und einer Regel ist? In diesem Video möchte ich mir mit Ihnen das Falcon-Anne-Modell und seinen historischen Vorläufer die Kremsche Regel näher ansehen. Und ich hoffe, dass anhand dieser beiden Beispiele der Unterschied zwischen einem Modell und einer Regel sehr gut klar wird. Das Falcon-Anne-Modell oder die Kremsche Regel brauchen wir immer dann, wenn wir eine Addition an einen alpha-chiralen Aldehyd bzw. ein prochirales Keton mit Stereozentrum in Alpha-Position durchführen. Denn wenn ich einen Aldehyd oder einen Keton habe, an dem R1 und R2 unterschiedlich sind, dann mache ich ja bei der Addition eines Nukleophils ein neues Stereozentrum. Wenn ich keine anderen Stereozentrum in der Karbonylverbindung habe, handelt es sich dabei um Innanzümeren. Und die werden ja immer racemisch gebildet. Oder etwas genauer gesagt, immer wenn ich kein chirales Reagenz oder chiralen Katalysator benutze, werden die racemisch gebildet. Was ist jetzt aber, wenn ich bereits ein Stereozentrum in meinem Edukt habe? Nehmen wir mal diesen chiralen Aldehyd hier, der ein Stereozentrum in der Alpha-Position trägt. Wenn ich dort ein Nukleophil addiere, dann baue ich ein zweites Stereozentrum auf. Und je nachdem, wie das konfiguriert ist, habe ich entweder das eine oder das andere Diastereo mehr. Das Spannende dabei ist, dass uns dieses Stereozentrum in der Alpha-Position unseres Eduktes erlaubt, eines der beiden Produkte im Überschuss zu gewinnen. Bei der Verwendung von Ethylmagnesiumbromid mit diesem Aldehyd hier immerhin in einem Verhältnis von 3 zu 1 zugunsten des hier Doppelt-S konfigurierten Produktes. Sowas ist natürlich für den Synthesechemiker total interessant, denn Stereozentren aufbauen ist teuer. Und wenn ich eines benutzen kann, das schon im Molekül drin ist, um noch mehr so auszurichten, wie ich das möchte, dann ist das natürlich sehr effektiv. Denn wenn ich hier das SR-Produkt machen wollen würde, dann müsste ich ja einfach nur die Rollen vertauschen. Sprich mit dem Keton anfangen, an das bereits der blaue Ethylrest gebunden ist und das Hydrit zum Beispiel mit Natriumbohydrit einführen. Damit ich aber meine Synthese so planen kann, dass auch das rauskommt, was ich haben möchte, muss ich irgendwie vorhersagen können, welches Diastereomer denn jetzt bevorzugt gebildet werden würde. Und das ist schwieriger, als man auf den ersten Blick vielleicht so meint. Denn so eine Alpha-Chirale-Carbonyl-Verbindung kann ja in unterschiedlichsten Konformationen vorliegen. Und einmal ist hier die vordere und einmal die Rückseite abgedeckt. Und da setzt jetzt die Kremsche Regel an. Die sagt nämlich, wenn wir den größeren Substituenten, also hier den Phenylring, Antiperiplanat zur CO-Doppelbindung ausrichten, kommt das neu eingeführte Nukleophil von der Seite mit dem kleinsten Substituenten. Also hier in dem Fall von vor der Bildschirmebene. Damit kann man also ziemlich fix sehen, welches Diastereomer bevorzugt gebildet wird. Aber wenn wir uns diese Konformation, die der Krem hier angenommen hat, mal etwas näher anschauen und das mal in der Newman-Projektion betrachten, dann sieht das Bild auf den ersten Blick schon ziemlich komisch aus. Ich habe hier die Substituenten einfach mal mit L für Large, M für Medium und S für Small abgekürzt. Und man sieht direkt, dass der dickste Rest in der Krem-Konformation genau synperiplanar zu dem Rest an der Karbonylgruppe ausgerichtet ist. Das ist natürlich energetisch, ich sag mal nicht gerade günstig. Um genau zu sein, handelt es hier sogar um einen Übergangszustand bei der Drehung um diese CC-Achse. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das Edukt bevorzugt in irgendeiner anderen Konformation vorliegen wird. Und es gibt überhaupt keinen Grund, warum es sich, bevor es mit dem Nukleophil reagieren kann, genau so verdrehen soll, wie der Herr Krem das hier zeichnet. Also stellen wir uns doch einfach mal die Frage, in welcher Konformation das Molekül denn bevorzugt vorliegt. Und damit machen wir schon den ersten wichtigen Schritt des Falcon-N-Modells. Es ist anzunehmen, dass der größte Substituent möglichst viel Platz haben will und sich daher so weit wie möglich von dem Karbonylsauerstoff bzw. dem an der Karbonylgruppe noch dranhängenden Rest wegdreht. Das heißt, er sollte sich am besten im 90 Grad Winkel zur Karbonylebene stellen. Das kann er in den zwei hier gezeigten Konformationen tun. Übertragen wir das mal auf unser Beispiel von eben, sehen wir schon die erste Herausforderung in der Anwendung des Falcon-N-Modells. Ich muss nämlich aufpassen, dass ich bei der Übertragung in die Newman-Projektion nicht die Konfiguration meines bestehenden Stereozentrums aus Versehen invertiere. Also Vorsicht beim Zeichnen hier. Wenn wir das aber alles schön richtig gemacht haben, sehen wir jetzt, dass es vier Möglichkeiten gibt, nach denen das Nukleophil im sogenannten Boogie-Dynitz-Winkel von 107 Grad an der Karbonylgruppe angreifen kann. Die Angriffe von der Seite, auf der jeweils jetzt der größte Substituent steht, sind natürlich bei beiden Konformationen extrem ungünstig. Aber was ist mit der anderen Seite? Hier muss ich einmal am mittelgroßen Substituent und einmal am kleinsten Substituent vorbei. Letzteres geht natürlich viel besser. Das heißt, die hier links gezeigte Konformation reagiert schneller als die rechts gezeigte. Da aber beide Konformationen im Gleichgewicht miteinander stehen und ich die linke abreagieren lasse, bleibt jetzt nicht die andere etwa übrig, sondern das Gleichgewicht versucht sich wieder einzustellen und das ganze System reagiert bevorzugt über die linke Konformation ab. Solche Situationen, in denen man ein vorgelagertes Gleichgewicht hat, aus denen ein Partner schneller reagiert als ein anderer, bezeichnet man übrigens auch als Curtin Hammond-Situation. Über die sollten wir uns übrigens auch noch mal etwas genauer unterhalten. Aber das machen wir besser in einem anderen Video. Jetzt geht es erstmal zurück zu unserem Produkt. Ich kann jetzt sehr leicht unser Produkt in der Newman-Projektion zeichnen, muss es dann aber natürlich noch mal neu in die Keilstrich-Projektion überführen. Und dieses umzeichnen ist natürlich wieder eine Fehlerquelle und gar nicht so einfach. Hier in diesem Fall schauen wir zum Beispiel von oben auf die Newman-Projektion und kommen dann zu diesem Bild, dass wir dann noch mal in die oben gezeigte Konformation überführen müssen. Das heißt, die Grammsche Regel bringt mich eindeutig fixer ans Ziel, da ich mir den ganzen Kram mit der Newman-Projektion und dem Hin- und Vor- und Zurückzeichen sparen kann. Warum soll ich mich denn dann überhaupt mit diesem blöden Fake-In-N-Modell rumschlagen? Na ja, schauen wir uns mal die nächste Reaktion hier an. Hier ist mit Bezug auf die Größe des Substituenten am Alpha-C-Atom erst einmal gar nicht so leicht zu sagen, welches denn jetzt der größere Substituent ist. Denn so eine sekundäre Alkylgruppe oder ein sekundäres Amin als Substituent, die sind jetzt nicht so furchtbar unterschiedlich. Wenn ich mir aber das Produktverhältnis anschaue, sieht man, dass mit überwältigender Mehrheit das Produkt gewildert wird, bei dem das Amin als größerer Substituent agiert. Das heißt, im Fake-In-N-Modell steht das Amin im 90-Grad-Winkel und wenn ich dann wie eben mir überlege, von wo das Nukleophil angreift und wie ich das Produkt neu zeichnen muss, komme ich auch zum richtigen Ergebnis. Wie kann ich jetzt aber verstehen, warum denn das Amin hier senkrecht zur Karbonylgruppe stehen will? Naja, zu den Überlegungen von Falcon und N gehört ja nicht nur die Frage nach der Konformation mit der niedrigsten Energie, sondern auch die Frage, welche dieser beiden Konformationen am schnellsten reagiert. Oder anders ausgerückt, welche Konformation am elektrophilsten ist. Bei einem Elektrophil wird ja immer das LUMO, also das Lowest Unoccupied Molecular Orbital, angegriffen. Hier in unserem Fall handelt es sich dabei um das rot dargestellte Pi-Sternorbital. Wenn ich jetzt aber eine Kohlenstoff-Heteroatombindung senkrecht zur Karbonylgruppe ausrichte, dann habe ich da ein energetisch relativ tief liegendes Sigma-Sternorbital zur Verfügung. Und wenn ich diese beiden leeren Orbitale miteinander kombiniere, senke ich damit die Energie des LUMOs heran. Denn wann immer ich zwei Orbitale miteinander kombiniere, entsteht ein neues Orbital, das energetisch abgesenkt wird und eines, das energetisch angehoben wird. Da die beiden Orbitale aber keine Elektronen drin haben, habe ich jetzt ein neues energetisch niedriger liegendes Orbital, sprich ein neues LUMO. Es handelt sich hier also um einen stereoelektronischen Effekt. Wenn Ihnen das übrigens gerade nicht viel sagt oder Ihnen vielleicht auch nicht so ganz klar ist, warum das Sigma-Sternorbital einer CN-Bindung energetisch niedriger liegt als das einer CC-Bindung, dann empfehle ich Ihnen das Video zur Corey-Sebach-Reaktion, wo wir uns mit solchen stereoelektronischen Effekten ein bisschen detaillierter auseinandersetzen. Hier halten wir aber erst einmal fest, dass uns das Faken-Anne-Modell hilft, gewisse Reaktivitäten zu verstehen, die wir mit der Kremschen-Regel in ihrer reinsten Form nicht erklären können. Und das ist natürlich ein Vorteil von Modellen, die sich an der Wahrheit orientieren. Man kann anhand von ihnen neue Befunde oft viel besser verstehen und dann das Modell entsprechend erweitern. Aber hier ist die Geschichte immer noch nicht vorbei. Schauen wir uns als nächstes mal die Reduktion von diesem Thioether an. Ich habe Ihnen das Molekül mal hier in der Konfirmation für die Crem-Regel hingemalt, in dem die Gruppe, die im Faken-Anne-Modell orthogonal stehen würde, jetzt Antiperiplanat zur Carbonylgruppe eingezeichnet ist. Denn jetzt, wo wir wissen, dass die Kohlenstoff-Heteroatombindung die Rolle des dicksten Substituenten übernimmt, wissen wir ja auch, wie wir die Crem-Regel anwenden können, um zum richtigen Produkt zu kommen. Also hier, indem wir den Thioether-Antiperiplanat zur CO-Doppelbindung zeichnen und das Nukleophil von der gegenüberliegenden Seite der Ethylgruppe angreifen lassen. Wenn wir jetzt aber statt Lithium-Bohydrit Zink-Bohydrit einsetzen, erhalten wir plötzlich wieder bevorzugt das andere Diastereomer. Das heißt, offensichtlich muss hier das Zink auch mitspielen. Und wenn man sich mal so eine Carbonylgruppe mit Heteroatomen in Alpha-Position ansieht, ist einem auch relativ schnell klar, woran das Licht. Denn hier handelt es sich um einen 1A-Chelatliganten. Was bedeutet das jetzt für unsere Konfirmation, die hier wirklich angegriffen wird? Sprich für unser Faken-Anne-Modell. Wenn wir ein gut chelatisierbares Atom wie Zink einsetzen, dann setzt sich das zwischen den Heteroatom-Sypstitenten und den Carbonylsauerstoff. Das führt natürlich zu einer Veränderung der Konfirmation. Und während eben noch der Angriff von der hier rechten Seite der Carbonylgruppe von Vorteil war, ist nach der Chelatisierung da plötzlich eine dicke Ethylgruppe. Das heißt, dass das Nukleophil natürlich bevorzugt aus dem gegenüberliegenden Halbraum angreift und wir das andere Epimer erhalten. Und hier sieht sich Cram und Faken-Anne auch vollkommen einig. Das heißt, ich kann mir ehrlich gesagt den ganzen Weg über die Newman-Projektion sparen und das Ganze auch einfach in der Keilstrichformel zeichnen. In der sieht man dann auch sofort, dass hier das Nukleophil lieber von hinter der Bildschirmebene angreift, da davor halt die dicke Ethylgruppe steht. Was ist jetzt also besser? In vielen Lehrbüchern, wie zum Beispiel auch dem von mir persönlich sehr geliebten Clayton, aus dem übrigens auch die Beispiele hier sind, die wir uns angeguckt haben, steht, dass das Cram-Modell veraltet ist und man besser das Faken-Anne-Modell nutzen sollte. Und für alle, die Lust haben, nur ein Modell zu lernen, bei denen würde ich das auch total so unterscheiden. Das Faken-Anne-Modell beruht einfach auf viel realistischeren Konformationen. Und sobald ich stereoelektronische Effekte berücksichtigen muss, komme ich einfach nicht darum herum, mir die korrekte dreidimensionale Struktur des Moleküls anzugucken. Aber vielleicht sind Sie ja eher so ein Typ wie Hawkeye von den Avengers. Also nicht, weil Sie versuchen, Ihren Mangel an Superkräften durch die Nutzung anachronistischer Waffen auszugleichen, sondern weil Sie gerne mehr als eine Sorte Pfeil in Ihrem Köcher haben. Denn die Cramsche Regel hat auch Vorteile. Sie ist nämlich viel leichter anzuwenden. Wenn Sie kein chelatisierbares Metall wie Zink oder Magnesium in Ihrer Lösung haben, dann zeichnen Sie halt einfach Ihre Keilstrichformel so, dass entweder das Heteroatom oder, wenn es davon keines gibt, halt der dickste Substituent an die Periplanat zur CO-Gruppe steht und gucken, in welchem Halbraum jetzt mehr Platz ist. Wenn Sie aber ein Metall haben, zeichnen Sie Carbonylgruppe und Heteroatom-Syn-Periplanat zueinander und gucken, in welchem Halbraum dann mehr Platz ist. Das spart einem den ganzen Umweg über die Newman-Projektion und senkt damit natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Fehler macht. Wenn ich mir abends in der Kneipe auf einem Bierdeckel überlegen möchte, was bei der nukleophilen Addition an eine Carbonylgruppe rauskommt, würde ich immer die Cramsche Regel anwenden. Wenn eine Reaktion nicht das macht, was ich erwarte und ich verstehen möchte, woran das liegt, dann würde ich das Fake-in-N-Modell nehmen. Und das ist ein ganz allgemeiner Unterschied in der Chemie, wenn es um Modelle auf der einen Seite und Regeln auf der anderen Seite gibt. Empirische Regeln und Merksätze, die helfen uns Reaktionen vorherzusagen und zeichnen sich bestenfalls auch dadurch aus, dass sie schön leicht anzuwenden sind. Modelle und Theorien helfen uns auf der anderen Seite, das Verhalten von Molekülen zu verstehen und lassen sich daher halt auch eher erweitern und erlauben es einem so, bisher unbekannte Phänomene zu rationalisieren. Daher wäre mein Tipp, Modelle benutzen, wenn sie ein bisschen Zeit zum Nachdenken haben, Regeln benutzen, wenn es mal schnell gehen soll. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.